Rentner jubeln 15% Rentenerhöhung ab 2023. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben richtig gehört. 2023 gibt es 15% Rentenerhöhung. Aber leider nicht für die deutschen Rentner, sondern für die spanischen. In diesem Video zeige ich Ihnen mal, was Spanien für seine Rentner macht. Davon könnte sich Deutschland eine gewaltige Scheibe abschneiden. Aber der Reihe nach. In einigen Kommentaren wurde ich darum gebeten, doch mal ein Video darüber zu produzieren, wie es Rentnern in anderen EU-Ländern geht. Ob sie dort schlimmer behandelt werden als Deutschland oder ob deren Regierungen da Rentnern gegenüber eine höhere Wertschätzung an den Tag legen. Das mache ich gerne. In diesem Video zeige ich Ihnen mal, was in Spanien abgeht. Die spanische Regierung hat gerade wieder ein Unterstützungsprogramm verabschiedet, das den Auswirkungen der Energiekrise und der Inflation entgegenwirken soll. Die Maßnahmen sollen vor allem sozial Schwächeren unter die Arme greifen. So hat das spanische Parlament gerade den Haushalt für 2023 verabschiedet. In diesem Rahmen wird die Mindestrente in Spanien um 15% erhöht. Alle anderen Renten werden 2023 um 8,5% erhöht. Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wird auf 0% herabgesetzt. Händler, die Busse, Nahverkehrszüge und Mittelstreckenzüge fahren, dürfen dies für weitere sechs Monate kostenlos tun. Städtische Bus- und U-Bahn-Unternehmen erhalten einen staatlichen Zuschuss, wenn diese die Ticketpreise um die Hälfte senken. Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 27.000 Euro erhalten 2023 einen Anti-Inflations-Scheck von 200 Euro. Das, was bei uns im März nächsten Jahres kommen soll, nämlich die Gas- und Strompreisdeckelung, hat Spanien schon eine ganze Zeit lang. Außerdem gibt es in Spanien seit dem Frühjahr einen Zuschuss von 20 Cent pro Liter Benzin oder Diesel. Sie fragen, bringen diese Maßnahmen, die sich die Spanier leisten, denn etwas? De facto ja. Spanien hat dadurch die niedrigste Inflationsrate in Europa. Ja, auch die sind noch weit entfernt von dem Inflationsziel der EZB in Höhe von 2%. Aber dennoch hatte Spanien im November eine Inflation von 6,8% und konnte sie im Dezember nochmals auf 5,6% senken. Das ist eine ganz andere Hausnummer als die 10% in Deutschland. Also, Spanien wertschätzt seine Rentner ganz offensichtlich viel mehr als in Deutschland. Eine wesentlich niedrigere Inflation und dennoch erhalten alle Rentner ab 2023 8,5% mehr Rente. Rentner mit einer besonders niedrigen Rente sogar 15% mehr. Da kann sich die Bundesregierung eine gewaltige Scheibe abschneiden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, der heutige Ausflug nach Spanien war interessant für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.